hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich bin gerade unterwegs auf der blickson wollte eigentlich mal runter richtung chemnitztal ich habe jetzt auf der blickson 4600 und 55 kilometer runter ich bin immer noch sehr sehr zufrieden außer dass wir eben mein hinterteil schmerzt weil einfach dieser bau sitzt ist wahrscheinlich für irgendwas anders gedacht aber also zum dauerhaften sitzen ist es wohl da nichts ich muss mir da dringend was einfallen lassen ich habe schon mal geguckt im internet habe es jetzt überhaupt nichts gefunden was mir nur irgendwie gefallen würde weil meistens sind sie schwarz was natürlich überhaupt nicht passt so oder sie sind dann genau in der gleichen form wie wie meins jetzt jetzt also so flach und nicht auf gepolstert nichts was dann auch wieder nicht so schön ist also so richtig habe ich leider noch nichts so jetzt was man das visier noch ein stück zu was steht er hier rum ach bestimmt baden hier irgendwo ja so abflug ich habe natürlich absolut noch gar keinen plan wie das neue mikrofon jetzt funktioniert ich habe ein update gemacht ich bin mal gespannt ob das was gebracht hat das wissen wir dann erst alles hinterher wie mache ich denn das ja am blödesten so hier ja ich wollte das doch noch ein bisschen luft von da reinkommt das habe ich gedacht hier stehen die blau-weißen wellen rum die streifen hörnchen aber nö so jetzt sind wir im chemnitz tal ist gerade schön luftig hier also muss ich sagen ich glaube 30 grad haben wir draußen bin mir jetzt nicht ganz sicher 29 oder 30 grad ist ja egal so und jetzt hier unten durch den fahrtwind weil es ja doch ein bisschen schattig ist es ist sehr angenehm da macht dadurch das mabed fahren bisschen mehr spaß also ich muss immer wieder sagen mit dem bricht der einmal jahr so rum zu grüßen ist natürlich eine schöne geschichte kann ich nur empfehlen ansonsten hat ja bricht mittlerweile verschiedene modelle hätte ich das damals gewusst hätte ich da wahrscheinlich eine andere wahl getroffen obwohl mir natürlich immer noch vom design her die rieboren am besten gefällt es gibt ein paar nachteile muss ich leider so sagen wo ich sehr unzufrieden wenn sie die stoßdämpfer hinten also das scheint dann wirklich ein chinesisches produkt ohne ende zu sein die einen sagen sie haben da gar keine probleme und dann gibt es wieder mal eine ganze reihe die sagen um gottes willen die stoßdämpfer schlagen nur durch ich bin derjenige oder einer derjenigen wo sie durchschlagen was man dann natürlich hinten am fändler sieht und also ich habe da mittlerweile schon ein stück leder drüber gemacht damit wenn sie mal durchschlagen dann eher das leder dort ein paar schäden davon trägt wie der fändler an sich vielleicht haben sie das auch mittlerweile jetzt geändert weil zu der zeit als ich mir die brichtst du lieboren geholt habe war es ja so dass die in deutschland nur als einsitzer zugelassen war über die dk da habe ich mich dann schlau gemacht was ich alles abändern muss damit ich es ja als zweisitzer betreiben kann zumindest so dass ich mal meine frau mitnehmen kann oder meine tochter auf kurzen strecken also da kann man muss man auch dazu sagen sind fliegen gewichte die voraussetzung war natürlich dann hinten ein sitz drauf zu machen die fußrasten sind ja von haus aus schon dran und das andere war das natürlich hinten griffe ran mussten oder zumindestens eingriff wo man sich dran festhalten dann die voraussetzung hatte ich dann alle erfüllt das war auch dann nicht mehr das problem und jetzt habe ich bei mir in papieren drin stehen wahlweise einsitzer oder zweisitzer ist natürlich eine feine geschichte gefällt mir und ich kann tatsächlich doch mal meine tochter aus dem kindergarten abholen oder mit meiner frau kurz mal ein einkauf erledigen ansonsten muss ich sagen bin ich mit der brixton wie gesagt immer noch sehr zufrieden sie fährt ich bin sehr oft auf der autobahn mit ihr jetzt gewesen also mit mit etwas rückenwind und sonne auf dem tank sind die 120 km h möglich aber 110 115 macht sie auf jeden fall was gibt es sonst noch so schönes zu sagen ja ab und zu muss man alle schrauben bei der brixton kontrollieren also ich nehme mir dann immer das wochenende mal ein paar minuten zeit und guckt da mal nach hab da noch alles fest ist ich hatte es jetzt erst wieder da bin ich auch bloß ein stück gefahren und siehe da was war das ende vom lied es war natürlich so dass der krümmer der krümmer war ab was natürlich nicht sehr schön war da hat es vorne am krümmer hat es eine schraube gelöst ansonsten naja ich habe von vielen gehört dass sie da noch größere probleme hatten mit schrauben und so weiter bei der eine hatte sich wohl sogar die schwinge hinten gelöst bei den anderen die bremse was ich mal gelesen hatte im forum im brüchsten forum was das sehr gute anlaufstelle im übrigen ist für die brüchsten fahrer unter euch so es gibt direkt ein brüchsten forum also von der 125er brüchsten bis hin zur 1200er und da kann man dann doch mal so ein paar allgemeine fragen kann man dann schon dort stellen und bekommt auch ziemlich schnell eine antwort also empfehlung von mir geht damit raus ich wollte nämlich mal schauen weil hier vorne wer angeblich jetzt gesperrt ich habe hier noch nichts gesehen jetzt steht hier das erste umleitung schild ja schön umleitung fein ich habe keine ahnung was sie hier machen tatsache in richtung chemnitz die b 107 ist gesperrt ich habe tatsache gedacht dass die so ein bisschen einsporisch gesperrt wäre ich denke das ist in ordnung ich denke das tut auch mal nur gut ja ich eierter wegen doch ganz schön viel mit dieser brüchsten rum ich hatte bis jetzt noch nicht groß die möglichkeit mit anderen brüchsten modellen zu fahren vielleicht ergibt sich mal ich bin vor kurzem mal ich glaube es war eine grommel eine grommel bin ich gefahren hoffentlich war es ja ich dachte es wäre eine grommel gewesen mit dieser bin ich mal gefahren war da auch sehr zufrieden und natürlich also Sitzbank mäßig war das natürlich was ganz anderes also ich schätze mal da sollten mal die brüchsten herstellen nochmal drüber nachdenken ob sie vielleicht bei der Reborn etwas anderen Bobbersattel drauf machen ein bisschen mehr Polster oder sowas weil die Modelle die Reborn sind ja nun nicht für sehr sehr korvulente Menschen gemacht das muss man einfach mal so sagen also sitzen dann doch Leute drauf so bis was weiß ich so bis 90 100 Kilo irgend sowas und ich wieg selber ich war heute auf der Waage 86 ja 86 wieg ich so und da muss ich natürlich mal sagen also ich mit meinen 86 Kilo bei 1,76 Größe naja mein Arsch ist dann doch etwas knorrig und das tut dann am Bobbersattel ganz schön zwicken zum klang hier ja da gibt es nur 100.000 Videos was 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 ist denn jetzt wollen die mich verarschen ist jetzt wohl nicht der Ernst oder wir sind jetzt in der Umleitung wir sind in der Umleitung und hier ist jetzt eine Sackgasse oder was wollen die mich verscheißern gut wir müssen jetzt mal gucken was hier vorne steht das drehe ich nämlich jetzt hier Tatsache um auch stellen Fahrzeuge frei also Leute ihr habt echt einen an der Klatsche muss ich jetzt mal so sagen also wenn du hier mit den Lkw unterwegs bist und auf der B107 momentan also und dann hier so ein Schild kommt Richtung Wittesdorf abbiegen dann sollte man das sich als Lkw fahrer sichtlich ersparen ich habe auch nichts hier vorne von in der zweiten Umleitung gesehen hä also ehrlich mal fällt mir jetzt gerade überhaupt nicht ein das muss ich hier vorne ich gehe jetzt hier vorne nochmal gucken ich komme hier ein bisschen veralbert vor schön such dir es raus wo wollen wir hin verbot für Lkw wollen wir da lang oder da lang ich habe keine Ahnung wir fahren wir fahren hier lang Gasse ja es stand erstmal nur was von Gasse da also noch nicht Sack genau und dann kommen wir nämlich hier vorne an der Brücke raus so da habe ich euch jetzt mal ein Stückchen mitgenommen ein Stückchen die B107 ein bisschen was dazu erzählt und ein bisschen was über die Brixen erzählt wie gesagt vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Möglichkeit dass ich ein paar andere blicksten Modelle fahren kann das werden wir sehen aber im Moment bin ich sehr zufrieden mit dieser hier jetzt sind wir in Garnsdorf und jetzt geht's zurück nach Klausnitz so Leute ich wünsche euch dann alles Gute bis zum nächsten Mal wie gesagt wie gesagt das war mal ein kurzes Fazit zu meiner Bricksten ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen Daumen da tja habt Spaß Leute genießt das Wetter im Moment soll es ja noch so bleiben und dann würde ich sagen dann bis zum nächsten Video drei Mal und out mit wenn jetzt es ных oder